Hallo, Angelfreunde, neues Video. Hier ist der zweite Tag unserer Woche mit David und Jenny in der Rossi. Wir möchten auf Dorsch, Meerforelle und Plattfisch hangen. Gut, Fisch. Und auch große Meerforelle. Ich denke, es macht eine Rolle. Und da große Dorsch, oder? Juhu. Nee, Meerforelle. Ich glaub schon. Nee, doch. Schade. Ja. 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 Gummi sehen. Guck mal, wo ist mein Gummi? 1,5 kg? Ja, schloppen. 1,5 kg? 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 . . . . . . . . David! Oh, 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 oh! David! Come! David! Come! David! Musik 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 Also jetzt, wir sind ein bisschen weiter auf Armhaest und mehr vorhanden. Okay. Warum immer diese Kette? Diese Kette funktioniert sehr gut, weil der Fisch an diesem Tag Sandalen gegessen hat. Oh, guter Fisch. Mehr Forelle! Mehr Forelle! Mehr Forelle! Ja! 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 Ja, gute Größe! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020